Heute teste ich für euch die kubischen Kanonschläge von VECO mit einer NEM pro Kubi von 6,75 Gramm. Ist ja nun nichts mehr Neues, dass VECO solch eine NEM Angabe auf den Teilen klatscht. Viele sind ja der Meinung es sind laut Gesetz nicht mehr als 6 Gramm oder so erlaubt, aber das ist auch für mich jetzt mittlerweile nebensächlich. Also ich halte mich da nicht mehr an solch Kleinigkeiten. Auf jeden Fall werden wir die jetzt testen. Das ist die Charge 2013 aus dem Nidl. Ja und ich würde sagen, wir sehen uns draußen beim Test. Bis gleich. VECO Kubischer Kanonschlag, Charge 2013 aus dem Nidl Oh, sehr gut. Kann ich weiterempfehlen. Rumpsen richtig schön. Einen zweiten noch hinterher. Auch sehr geil. Okay. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut.